Der bekannteste Klischee-Guru Na Mäuschen? Macht jetzt eine Show gegen Klischees Was? Ja, die erste Show im deutschen Fernsehen ohne Klischees Deswegen haben sie auch dich genommen, ne? Das ist ja Klischee Das kann ja spannend werden Und? Herr Gewendt? Du musst dich entscheiden Die neue Show Ab nächsten Mittwoch, 20.15 Uhr